jetzt krach kommen wir zum lmg in den häusern leon du musst die lastmann im fliehen zuerst schalten es gibt 10 von 10 ich fühl gar nichts mehr ich fühle das jetzt gleich wie coldrohr da gehts mal mit einem lmg mit einem 3er visier und dann gehts rein wie die ogs auch noch einmal oh my god